Hey zusammen, mein Name ist Samuel, das ist Janina. Wir sind Lernende im dritten Lehrjahr als VG in der Stiftung Pflegezentren Gemeinde Aert. Und das ist unser Ausbildungsverantwortlicher Claudia. Kommt doch mit, wir zeigen euch unseren Alltag. Zu meinen Tätigkeiten als Fachmann Gesundheit gehören zum Beispiel, dass ich im Alltag mal Blutzucker misse oder zwischendurch auch Blutentnahme mache, sowie auch Medikamente errichten. In meinem Betrieb gefällt mir am besten den Lerntag mit meinem Berufsbildner, sowie auch, dass ich im Alltag bei Lernsituationen gut unterstützt und begleitet werde. Das Spezielle hier im Betrieb ist, dass uns die Begleitung der Lernenden wirklich sehr wichtig ist. Die Ausbildung wird gross geschrieben und so eine lebendige Gestaltung werden. Das Besondere am Kriesigarten ist, es ist sehr modern eingerichtet und auch sehr schön gelegen. Und das Team ist auch sehr freundlich und hilfsbereit. Ein Vorteil in der Stiftung ist sicher, dass man gut unterstützt wird als Lernende und immer zu den Ausbildungsverantwortlichen oder höheren Positionen gehen kann. Ein Bewerber muss bei uns vor allem Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit, Spass am Lernen und auch Einsatz mitbringen. Wenn mir dieser Einblick gefallen hat, bewerben wir euch doch jetzt! Ich bin der Grund für den Lernende und in der Stiftung. Vielen Dank.